Hallo Freunde! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren in den Immonenruinen stehen geblieben. Wir werden heute noch ein bisschen weitermachen. Ich hoffe wir hier einen der beiden Ratsritter anlocken können. Ich weiß nicht, ob die 100 Special haben. Das tut mir sehr weh. Ja, nichts. Das stimmt. Oh Freiband rein Auf jeden Fall und ich glaube es wäre auch gar nicht verkehrt wenn wir uns den Boden ein bisschen aufwerben damit wir dann die Knochenwürmer nach oben schießen können die Knochenwürmer nach oben ah da I ha 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 das hat er noch ein bisschen ja dann nehmen wir noch gleich ein bisschen mit Obwohl brauchen wir noch gar nicht wir müssen erst noch ein paar Follow Spots lernen oder wollen wir noch keinen die Knochenwürmer nach oben auf die Knochenwürmer nach oben sie sie Ja. Ganz besser. Ja. 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 Nemo alleine ist ja nicht das Problem, sondern mit den drei Rädern, die damit hinkriegen. Ja. 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 Ja, ich bin hallucin geworden. Ja.. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Und die Tränen, so lange denn die Pfeile? an so vergleichen wir mal mit das verlangen ist genauso es ist deutlich leichter so 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 und er sich auch so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber ich habe auch die leuchten befürchtungen wir müssen jetzt die russung ein bisschen stärker machen sonst kriegen wir nur noch auf den sack gucken was wir anziehen können würde gerne anziehen und dann hier passiere an an dann das Ja, wo bleibt der Hund? Vielleicht nicht mehr. Dann helfen wir erst mal Sires. Ja, wo ist das? Das ging fix. Das ging fix. Das ging fix. Die Lichteffekte sind schon ziemlich strange. Das ging fix. 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 sehr, das ging fix. Untertitelung des ZDF, 2020 Das könnte man wahrscheinlich jetzt hier runterspringen. 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 Das könnte man 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 hier runterspringen. Ich habe mir erwartet. Das könnte man hier runterspringen. 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 Das war's. Dann können wir jetzt auch mal austaufen, gegen wen das Bitter ist. Das war's. 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 Dann gucken wir mal, ob es den ominösen Balkon noch was gibt. Hier war ein Heldenklauers Dark Souls 2. Okay. 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 Das ist schon so. ist man nicht nur ein Küstelersatz, sondern eine Kruhe oh ich glaube auch von dem Vito Schwerer aus dem DLC, weil den gibt es hier nicht in dem Bot Ah, da ist der Hund ich hätte gesagt, wenn er am Anfang nicht flötet kommt er dann hier Autsch der Entfernung was Die é W Wuhh! 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 Das ist die Bombe. Jaaa! Jaaa! Hier nie hört man stecken. Hier müssen Leuchtpunkte sein sollen. Da, ich habe hier Paraent seit, wo wir auf den Weg gehen können? Ich habe hier angenehm. Vielleicht Jaaa! Die Wärme von Leuchtung. Diese muss ich auch mal zum Beispiel, und jetzt wird es noch einmal aussehen. Ja, aus dem hier. Ich habe mich auch mit euch. Ich habe mich schon mal gemacht. Das war das Sterne von Leuchtungshund. Ich habe Kinder. Ich habe uns hier mit dem hier. Okay, jetzt bin ich noch ein bisschen drücken, oder? Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, okay. 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 Oh, okay.